So, willkommen in der letzten Folge dieser kleinen Minisessionen, die verlorene Stadt. Beginnen wir jetzt. Seraphim, es ist lange her, seit wir zuletzt zu den Waffen gegriffen haben. Jetzt steht alles auf dem Spiel. Zieht eure Waffen, beschützt die Zitadelle. Alter, der kann aber auch nicht ab hier. Zieht eure Waffen, beschützt die Zitade. Das wird sich wohl ein bisschen hinziehen. Aber wenn wir sonst viel als ein Gegner hier noch kriegen, dann gute Nacht, ey. Der da oben scheint aber auch ein bisschen anders zu sein noch, der da noch steht. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Jeeey! Okay, 112 zu 150. Das macht ja schon mal einen Unterschied. Was? Was? Scheiße. Alter, das macht mich ja platt. Nein, noch mehr. Nein, noch mehr. Alter, geht dir doch auf den Sack. Äh, X aufnehmen, zack. Okay, ich muss mal kurz an mein Kabel, weil irgendwie mich ankommen und hab das hierfür, ist es leiser. Hier, viel besser. Sehr gut. So, Cola haben wir auf jeden Fall jetzt ordentlich. Kann man die kaputt machen? Äh. Schwebender Typ. Und... ...was auch immer... ...der er ist. Hallo. Danke. Das war's für heute. Alter, ich krieg's nicht hin. Nein, nein, nein. So, haben wir gut abgewartet. Nein. Oh, so knapp am Level Up vorbei. Okay, das ist sehr ärgerlich. Okay, nehmen wir auf. Brauchen wir nicht. Oh, ich hätte jetzt hier noch das Lippen ist vorbei. Mal. 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 Level up, nice. Jetzt kriegen wir echt guten Stuff hier. Noch mehr. Oh nein, noch einer. Willst du mich verarschen? Schuss. Schuss. Der kommt auf jeden Fall wenig ab. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Mensch, lass mich doch mal ruhen. Urgh! 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 Now! Uh! Uh! Oh! So, aber jetzt müsste es doch mal gewesen sein, oder? Ich meine, das waren jetzt allerhand Gegner. Ich meine, das war's für mich. Huiuiuiuiui. Okay. Zumindest sind wir jetzt mit Kraft wieder voll aufgeladen. Ist das irgendein Vorteil? Nein. Nachteil sogar. Jetzt haben wir den LV schafft. Auch nur Bronze. Zwei Punkte. Gehen wir mal auf Angriff jetzt wieder, oder? Gucken wir mal in die Stadt drinnen. Okay. Quatsch, das Türsum-Angebot jetzt? Schlechter? Besser? Okay, die 174 sind natürlich nice. Dann nehmen wir die auch erstmal. Ausrüstung wechseln. Und 52 für 12.000. Mehr Damage? Oh, das ist ordentlich mehr Damage. Ich glaube nicht, dass du hier was Besseres für mich noch hast, oder? Okay. Dann sind wir jetzt gut gewappnet, denke ich mal, für die nächsten Mission. Und hier geht's dann in der nächsten Session. Wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann. 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 Bis dann.